Herzlich Willkommen zurück zu The Captain und einer Rückschau auf den ersten Durchlauf. Ganz kurze Spoilerwarnung vorweg, wer noch nicht alles gesehen hat in diesem Let's Play, der sei gewarnt, denn ich werfe jetzt einen Blick auf die sogenannte Roadmap oder Starmap und werde von dort ausgehend tatsächlich ganz kurz darüber nachdenken, wie unsere Prämissen aufgegangen sind im ersten Teil und wie sich das Ganze für uns so entwickelt hat, dass wir auf der Basis bestimmter Entscheidungen operieren können, um diesen zweiten Teil, diese Ergänzung, diesen Bonus nochmal anders zu machen. Einfach um bestimmte Entscheidungen noch einmal zu überdenken und vor den gesetzten Zielstellungen möglicherweise anders zu treffen. Also wie wir jetzt am Schluss im Spiel gesehen haben und wir kommen dann nachher noch dazu, ist die Rettung von Ortis und Eden die am wenigsten zielführende. Also ja, ich rette meine Frau Sarah, das ja, und ich rette 30.000 Menschen, aber durch die Zerstörung der Tromium-Müllhalde, des Finanzsystems und der mehr oder weniger der zentralen Außenstation, auf der Medikamente hergestellt werden, sterben Millionen von Menschen an Seuchen und an Kriegsfolgen. Das heißt, die Rettung von Eden und die Rettung von meiner Frau mag mich zwar persönlich zwar betroffen haben, hier als Captain, aber ist im Wesentlichen für die Mission nicht das Beste, der beste Ausgang. Ich bin mit zwei Disruptoren durch die Periere durchgekommen und jetzt wäre es natürlich gut, wenn ich wenigstens noch einen Disruptor mehr hätte und idealerweise habe ich zwei oder drei mehr und dafür muss ich in dem Spiel bestimmte Entscheidungen treffen, die nicht einfach sind und die vor allen Dingen vom Spiel her so angelegt sind, dass der Spieler moralisch fragwürdige Entscheidungen trifft, die er sonst, wenn dieser Druck nicht da wäre, möglicherweise anders getroffen hätte. Und man hat dadurch die Star Trek Parallelen und Star Wars Parallelen, die sind wirklich omnipräsent und man hat natürlich immer die Direktiven und die Befehlsausrichtungen und die Directive Orders der Sternenflotte im Kopf, wenn man hier so ein Spiel spielt. Eine, die oberste Direktive ist, dass man sich nicht in andere Kulturen einmischen soll, vor allen Dingen nicht solche, die noch keine Warp-Technologie haben und das haben wir ganz offensichtlich auf Fenton Perth getan, obwohl mir noch gar nicht so mal klar ist, dass dort überhaupt Leben ist. Also, dass Samoa nachts blau leuchtet, genauso wie die Statue, die im Endeffekt nichts wert ist, also die kein Artefakt ist, beschäftigt mich immer noch. Aber von ihr bekommen wir einen grauen Stein, den sie von ihrer Großmutter wiederum erhalten hat und der beinhaltet ein Sternfragment. Insofern ist eigentlich diese Geschichte für uns damit auserzählt, auch wenn mich schon interessiert, was in den Tagebuchaufzeichnungen ihres Malen steht. Doch gehen wir vielleicht nicht sofort rein, sondern Schritt für Schritt durch. Am Ausgang der Geschichte würde ich relativ wenig ändern wollen. Also wir sind mit der Kopernikus gestartet, waren dann auf dem Wüstenplaneten, haben dort Classis gerettet und den blauen Schalter gedrückt. Ich habe zwischendurch nachgeschaut, was das Ganze bedeutet. Die Verteidigungswaffen sind blau kodiert, die Angriffswaffen rot. Das heißt, ich habe hier eine mögliche Verteidigung in Kampfsituationen, die ich ja allerdings nie benutzt habe. VL 624 würde ich genau wieder so lösen, denn ich brauchte hier ja vor allen Dingen die Credits, um mir das Maschinen-Upgrade zu kaufen. Bulgidus, die Absturzstelle von Classis Schiff. Hier hatten wir einen Laser uns besorgt, der dann auf dem Creon-Kristall sofort zum Einsatz kam, um eine weitere Brennstoffzelle sehr schnell aus dem Eis zu lösen. Dann waren wir auf Soma mit Straw und den Oct. Auch wenn es mir leid tut und auch wenn ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann, dass man sich hier anders entscheidet, nämlich dass man Straw ins kollektive Gedächtnis zurück einspeist. Ich würde immer wieder mit den gesetzten Prämissen die Brennstoffzelle wählen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt nicht wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist und wissen, dass jedes einzelne Sternfragment Millionen Leben retten kann, muss ich ehrlich sagen, bin ich eher bei den Lebenden als bei den Gedächtniskulturen. Epsilon Station, hier hatten wir vor allen Dingen Jeff zurückgeholt, und das komplett irrational, nur vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich schon genügend und ausreichend Tromium haben und auch noch kaufen konnten und das zu dem Zeitpunkt schon wussten. Normalerweise hätte ich Jeff genauso zerlegen können, um das Tromium zu gewinnen. Aber wir sind hier von Epsilon aufgebrochen mit Tromium und einer weiteren Brennstoffzelle, aus der wir wiederum ein Sternfragment gewonnen haben. Und daran würde ich jetzt hier nicht rühren. Für die Wissenschaftler, die auf Epsilon noch gelebt haben, tut es mir freilich genauso leid. Also die Entscheidung trifft man nicht einfach, aber wieder vor dem Hintergrund, wie viele Leben gerettet werden können, wenn man eben diese Sternfragmente zur Erde bringt, hat mich dazu bewogen. Ich weiß, dass es keine, ja, also diese Entscheidung folgt keinem moralischen Prinzip, denn jedes Leben ist so viel wert wie jedes andere auch. Aber im Endeffekt ist diese Entscheidung hier ja keine echte Entscheidung. Aber wer weiß, wie ich reagieren würde, wenn ich tatsächlich so eine Entscheidung treffen müsste. Ich würde mich wahrscheinlich für das Leben der vielen gegen das Leben der Einzelnen entscheiden. Ich finde auch, dass das Spiel dem Spieler, wenn man das Ganze nicht nur als Spiel begreift, sondern mehr oder weniger als eine Idee davon, wie man Gesellschaft in Science-Fiction verstehen kann, eine ziemliche Zumutung dem Spieler, solche Entscheidungen aufzubürden. Denn er trifft ja diese, oder der Spielerin, er trifft ja diese Entscheidungen guten Gewissens in der Regel und wird hier in moralische Dilemmasituationen hinein manövriert. Und die summieren sich ja auf. Das heißt, VL 624, das ging schon noch irgendwie, für mich das zu begründen. Bei Epsilon wurde es schon tatsächlich schwieriger, obwohl mir bis zum Schluss nicht klar gewesen ist, wozu ich jetzt das Wurmloch eröffnen soll, um was zu tun, um die Station zu retten oder den Trümmerhaufen im All irgendwie wieder fit zu machen. Wofür? Die entscheidende Transportmission ist fehlgeschlagen. Und das, was dort faktisch zu sehen war, war, wie General Everton diese Station ausweitet und nicht zu seinem Ziel kommt. Hier hatte ich im ersten Durchlauf gesagt, es wäre schön, wenn ich ihm einfach die Brennstoffzelle geben könnte. Wir machen einen Deal. Und er hilft mir, indem er die Flotten der Union abhält. Und ich helfe ihm im Gegenzug mit der Brennstoffzelle. Aber dann hätten wir wahrscheinlich die Marvel-Erzählstränge zu stark bedient. Also im Sinne von, dann hätten wir den ultimativen Bösewicht geschaffen. Xerum, das habe ich geschaut, ist ein Planet, den ich besuchen darf, wenn ich an anderer Stelle jemanden befreit habe. Werde ich in diesem nächsten Durchgang auch nicht probieren, mir nochmal anschauen. Das Ergebnis würde das nicht rechtfertigen, hier tatsächlich nochmal einen Neuansatz zu wagen. Dafür müsste ich viel zu weit zurückgehen. So, kommen wir aber zu dem Nugget-Note. Hier ist es uns gelungen, tatsächlich den ersten Platz zu erreichen im Zerstören der Monde. Ein absolut bizarres Schauspiel, das sich hier vor unseren Augen geöffnet hat. Also wie man konsequenterweise die Natur zerstört und einfach über Jahre so einen Planeten da zu Bord. Absolut irre aus meiner Sicht. Und dann im Kontext mit den anderen Geschichten halt um Selig und vor allen Dingen noch einmal zurück. Moment, hier um Zuma, wo sich eine Naturkatastrophe ereignet hat und die ganze Zivilisation ausgelöscht hat. Oder auch im Hinblick auf VL624, wo einfach mit genetischen Experimente stattfinden und man möglicherweise so etwas wie einen Alien gezüchtet hat. Und man begegnet faktisch auf jedem Planeten irgendeinem menschlichen Wahnsinn, in dem entweder die Natur ausgebeutet wird, zerstört wird oder eine ganze Zivilisation untergegangen ist aufgrund einer Katastrophe. Und da kommen wir gleich zu Selig. Selig ist ein Planet, auf dem die Greenfinger leben und die irgendwie eine wie auch immer geartete Verbindung zu einem Artefakt haben. Und wir haben uns dazu entschlossen, das Artefakt zu verkaufen, also die Replik des Artefakts zu verkaufen, um genug Geld zu haben für Tromium und ein Maschinen-Upgrade, um schneller bei der Erde sein zu können. Und wir haben uns mehr oder weniger eingeredet, will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben uns dann darauf getröstet, dass der Verkauf des Relikts und des Brainis die Karte nicht richtig zu lesen imstande ist, dazu führen müsste, dass möglicherweise das originale Artefakt auf dem Planeten bleibt und die Greenfinger überleben. Mein Problem ist jetzt folgendes. Wenn ich das Artefakt mitnehme und wenn es mir gelingt, es tatsächlich zu entmanteln, dann habe ich hier ein weiteres Sternfragment. Einsternfragment, das Rembrandt oder die Tromiummüllhalter oder eben die Medikamenten, den Medikamenten aus dem Posten erhalten kann. Ich mache, wenn ich das tue, mache ich zweierlei Dinge. Zum einen führe ich zum Untergang vielleicht der Kultur der Greenfinger zu ihrem Aussterben. Und auf der anderen Seite mische ich mich aktiv in eine Kultur und in eine Zivilisation ein. Das ist genau das, was die erste Direktive der Standflotte zum Beispiel untersagt. Ich denke, dass ich hier den Ausgangspunkt wählen werde, vor dem Hintergrund, dass ich Schlimmeres Übel verhindern will. Und das Ganze ist eine Entscheidung, die ich noch nicht schlussendlich getroffen habe, aber ich denke, es geht dahin. Ich denke, es geht dahin. Ich werde hier bei Thalic ansetzen und werde tatsächlich das Artefakt mitnehmen. Der nächste Punkt, Talairon. Talairon ist ein Planet, den wir nicht besucht haben. Das hat damit zu tun, dass wir, wenn wir Thalic mit Kim verlassen, Kim war ja derjenige, das war ja die Indiana Jones Nummer um das Artefakt, fordert sie uns auf, sie nach Talairon zu bringen. Und hier haben wir die Möglichkeit, ein weiteres Artefakt zu entmanteln und ein weiteres Sternfragment zu bekommen. Das heißt, damit wären wir schon bei sieben, wenn ich richtig zähle. Und wenn wir das Artefakt von Fenton Perth mit einschließen. Das heißt, wir könnten faktisch alle Stationen retten, bis auf die meiner Frau, bis auf die von Sarah. Denn die scheint mir vor dem Hintergrund dessen, was sich auf den anderen Stationen ereignet, und diejenige zu sein, die am ehesten für den weiteren Fortgang und die Entwicklung der Erde am wenigsten eine Rolle spielt. Aber damit bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also das heißt, ich werde erstmal versuchen, diese beiden Sternfragmente zu bekommen und werde dann an der Erde sehen, wie ich mich entscheide. Gehen wir nochmal weiter. Fenton Perth wurde sich uneingetastet lassen. Lime. Auf Lime haben wir faktisch überhaupt nichts gemacht. Warum? Weil, als wir nach Lime gereist sind, der Counter begann zum Angriff auf den Außenpostenortes meiner Frau. Und ab dem Zeitpunkt war klar, ich habe 80 Tage Zeit, um von dieser Position aus zur Erde zu fliegen, durch die Barriere zu kommen. Das war auch so eine wackelige Nummer. Und dann den Außenposten meiner Frau zu halten. Das habe ich in diesem Durchlauf gemacht. Ich würde es in dem, der sich jetzt nochmal anschließt, wo ich die einzelnen Stationen spiele, anders machen. Ich würde nämlich auf die Geschichte der Kinder der Natur eingehen, die sowohl mit der Upper- als mit der Lower Space-Technologie ein Problem haben. Und den ganzen Komplex hier, P-Lime, das Space-Gate, ist möglicherweise die auserzählte Geschichte, die wir auf Soma gesehen haben. Also das heißt, im Untergang einer ganzen Zivilisation, dass wir gesehen haben, deren negativen Auswirkungen wir auf 624 gesehen haben, das heißt der genetischen Evolution von Leben und der wirtschaftlichen Ausbeutung und dem wirtschaftlichen Interesse zweier konkurrierender Planeten, nämlich Pi und Lime. Und irgendwie steht eine ganze Zivilisation und Kultur dazwischen und geht zugrunde. Ich will das Ganze nicht als Ausgleich für irgendwas verstanden wissen und hoffe natürlich, dass ich auf Pi oder auf Lime oder im Space-Gate noch irgendwoher ein Sternenfragment ergattern kann, da ich eben komplett unbewaffnet bin. Deswegen weiß ich nicht, ob Default für mich eine Option darstellt. Das wird sich aber wahrscheinlich in den einzelnen Stationen jeweils zeigen. Und was ich tun möchte, ist, die Kinder der Natur reden die ganze Zeit über eine absolut großartige Form der Fortbewegung mit einem Biotreibstoff, der langsamer beschleunigt, aber dann eine höhere Endgeschwindigkeit erreicht, sodass ich vielleicht damit auch schnell zur Erde zurückkommen kann. Meine Hoffnung ist jetzt die, Ich würde versuchen, also diesen Komplex Pi und Lime zu spielen, würde versuchen, sowohl die Upper Space als auch die Lower Space Technologie zu blockieren. Das heißt möglicherweise, dass ich das Space Gate manipulieren muss. Das bedeutet aber auf alle Fälle, dass ich den Prototypen auf der Weltausstellung auf Pi manipulieren muss und sabotieren muss. Ich werde nicht Ippenheimer töten. Das ist ja das, was die Kinder von Pi gefordert hatten, dass ich das tue. Das werde ich nicht tun. Also zumindest ist das jetzt im Moment meine Entscheidung, meine Position. Gut, dieser Komplex wird wahrscheinlich der größte sein. Den haben wir jetzt im ersten Durchlauf komplett ausgelassen. Eben deshalb, weil wir schnell zur Erde zurück wollten und konnten. Also weil wir halt dieses dritte Maschinen-Upgrade hatten. So, schauen wir mal weiter. Space Gate ist das eine. Schlussendlich Oedipus auf der Erde. Hier gibt es nicht viel zu sagen. Eigentlich nur die Folgen des Krieges abzumildern. Das heißt, der Sonnenblas ist zerstört, die Unionsflotte ist zerstört. Aber wir haben faktisch ihn und Ortes gerettet, während wir drei weitere Außenstationen nicht gerettet haben. Und das hat auch verheerende Folgen für die Erde und die Space Fleet. Und das würde ich ganz gern vermeiden. Ich denke aber, egal was man tut und wie man sich entscheidet und welche Entwicklung und welchen Strang man hier anschiebt, man macht sich auf dem Weg dahin schuldig. Also das heißt, man vergeht sich in der Logik des Spiels an unterschiedlichsten Zivilisationen, greift massiv ein in Entwicklungen, einfach nur um die Menschheit zu retten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht eine der Sinnebenen dieses Spiels ist, dass sich das nicht lohnt. Und insofern ist das Spiel natürlich ein Angebot zum Nachdenken darüber, wie wir als Menschen uns gegenseitig und miteinander und füreinander oder gegeneinander verhalten. Und das Setting ist alleine das einer Space Odyssey. Und das macht es für mich ziemlich interessant, denn schlussendlich sind jede Entscheidung, die man auf dem Weg bis zur Erde trifft, natürlich Entscheidungen, die nicht immer moralischen Prinzipien folgen, sondern eher eine ganz spezifische Ethik der Ökonomie zum Ausdruck haben. Das stört mich ein wenig, denn ich kann nicht der Gute sein. Ich kann nicht nur gute Entscheidungen treffen. Das wird vor allen Dingen Thalic treffen und die Greenfinger. Und das bedauere ich jetzt schon sehr. Aber ich will es zumindest mit diesen drei- und vierfach Einklammerungen wenigstens probieren. Also ich will es wenigstens probieren, es gut zu machen. Allerdings glaube ich nicht, dass es mir in Selle gelingen wird. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wo ich noch mehr Standfragmente herbekommen soll, um schlussendlich die Außenposten der Erde zu retten und zu beschützen. Das ist es. Das ist im Wesentlichen das, worum es jetzt in den nächsten Folgen gehen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man darüber nachdenken kann, ob man das Ganze nicht irgendwie, irgendwie noch anders löst. Allein, ich weiß nicht wie. Und ich werde es zumindest in diesem Zusammenhang probieren, um mal noch so zwei, drei Entscheidungen neu zu justieren. Zwei, drei Storylines zu entdecken. Vielleicht schaue ich eben doch noch auf Fenton Perth vorbei, um aufzuklären, ob Samoa lebt oder nicht. Und hoffe, dass mir das gelingt, um das Ganze zu einem schönen, runden Ergebnis auch für mich zu machen, nach dem ersten Durchlauf durch den Käpt'n. Also bis dahin und ciao.